Das ist der perfekte Anfang. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Weltbesten Stream der Welt, heute mit Lukas und Max. Dankeschön. Und was ist hier los? Wir sind nicht mehr im Untergrund, Lukas. Was ist hier passiert? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fühle mich nicht wohl bei der Sache. Ich habe mich an das Vignettar's Licht gewöhnt. Aber es gibt ja mit dem Update Untergrund nicht nur den Untergrund, sondern auch den Übergrund. Da hören wir jetzt mal ran. Okay. Also das war jetzt der Funkspruch von Captain Benitez. Das wird dafür persönlich besser geeignet. Wären. Dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Jetzt habe ich einen Zivilisten angeschossen. Nicht jetzt. Ja, aus Versehen. Warte, ich muss mal gerade meinen Skype hier umstellen auf beschäftigt. Das nervt mich, wenn ihr immer so eine... ...Leute sind. Ne, aber dieses Ganze tut, tut, tut immer... So, wir lernen uns diesem netten neuen Übergriff. Ähm, alle Übergriffe haben jetzt übrigens wieder einen Wert von 160. Das war ja mal unter 140. Und, ähm, wir suchen uns aber noch ein bisschen Unterstützung. Ich glaube, zu zweit. Wird's echt schwer. Das stimmt. Vor allem auf normal ist schon echt schwer. Guck mal, wie der Bus da oben runterhängt. Krass, ja. Aber es ist auch eine coole Straße irgendwie so. Ui. Ist das wirklich eine Straße? Ich glaube, das ist eher so eine Ausfahrt, oder? Sieht aus, als wäre das hier recht so eine Garage. Ja, Port Control Transit Terminal. Also als wäre das so für Ankommende... ...also für welche, die vielleicht zum Hafen wollen oder so, oder vom Hafen kommen. Weil Transit und ein Hafenkontrolle... ...könnte damit durchaus zusammenhängen. Ist der denn... Ich wollte gerade sagen, seit wann hast du einen Hut, aber das ist... Das bin ich gar nicht. Ja, das ist ja der Gag. Ist der Einsatz denn eigentlich... Kann man sagen, ist der schwerer, oder sind alle Einsätze... Äh, du hast die Gruppe verlassen und jetzt bin ich Gruppenleiter. Fucking what? What's all that? Okay, alle, die den Stream gesehen haben, können wir wahrscheinlich sagen, ...was ich falsch gemacht habe. Und... Äh, mach einfach nichts, ich trete deiner Gruppe nochmal bei. Ich weiß ja nicht mal, wo ich bin. 300 Meter... Ja, gut. Machen wir uns mal los. Okay, dann können wir uns nochmal aufhören. Auch nicht schlecht. Wo bist du denn jetzt gelandet? Arsch. Im Self aus. In Hell's Kitchen. So, du bist schon da. Okay. Ich sehe dich. Dann... Aber ich muss mal sagen, man kann sich sehr daran gewöhnen, sehr viel Munition dabei zu haben. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ich habe jetzt, glaube ich, 1600 Schuss oder so. Da gibt es ja extra hier so eine Beschränkung bei den Untergrundeinsätzen, glaube ich, mit Level 25 oder so wird hier freigeschaltet. Also, dass du keine Munition von Gegnern findest, bei einem gewechselten Magazin sind die Patronen, die noch drin sind, auch futsch. Und die, äh, äh, Patronenanzahl ist von Anfang an geringer. Also nicht mehr mit 1000, sondern dann wahrscheinlich nur noch 500 oder so von Anfang an. Wie will man das denn? Äh, wir brauchen noch Verstärkung. Egal was, lassen Sie es mich persönlich wissen. Hey, nee, das ist ja jetzt hier in der Rettung. Wir laufen hier mitten in die Rettung rein. Dann machen wir das. Machen wir jetzt noch die Rettung, ne? Okay, dann nicht. Dann nicht. Wir versprechen unseren Zuschauern Drachenort und sie werden den Drachenort bekommen. Wahrscheinlich in schlechter Qualität und wahrscheinlich total schlecht gespielt, aber sie werden ihn bekommen. Ja, das ist eine Ansage. Möchte ich mal so sagen. Mh, wahrscheinlich, wenn wir das auf YouTube hochladen, werden die jetzt, wird jetzt eh keiner mehr gucken. Ganz einfach deshalb, weil wir jetzt bestimmt schon so drei Minuten spielen und es ist bisher noch nichts passiert. Äh, bloß ist rum, ihr Plänkel, hier haben wir mal geschossen, geschossen. Ja, Leute, es tut uns leid. Man kann halt nicht immer alles perfekt machen. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich verlangt man das auch. Aber. Das verlangt man? Das verlangt man von uns auch. Ach so. Aber, es tut mir leid. Ich bin nicht perfekt. Aber, äh, bitte auf, auf, auf normal, ja. Hier, nicht auf schwer. Es geht nur schwer. Ach du Scheiße. Es geht auch nur schwer oder herausfordernd. Und zwar bis jetzt bei jedem Überfall. Oh Mann. Ein weiterer Agent ist ihrem Team beigetreten. Ja. Schwer, herausfordernd oder heldenhaft. Wir machen ganz bestimmt nicht heldenhaft. Ich mache jetzt erstmal ein paar Ampel, wenn wir noch. Ach, die läden mir schon die ganze Zeit wieder nach. Echt jetzt? Aha, da ist der vierte. Ach so, jetzt los. Es geht los, ja. Sie nähern sich unseren Jungs am Einstiegspunkt. Melden Sie sich bei denen, um reinzukommen. Diese Cleaners müssen so schnell wie möglich unschädlich gemacht werden. Hier ist schon mal wieder alles Verbranntes. Du musst einfach kommen. Was ist so toll an dem Laden? Oh mein Gott, das ist unglaublich. Es ist wie in einem Körbchenhaus. Man sitzt im Rollstuhl und dringt aus Infusionsläuten. Und das Essen bringen sie dir haltig fest. In die Bettpfanne. Und das, wo alle diese Grippe kriegen? Das ist doch das Geschmackloseste überhaupt. Mann, du willst so eine Spaßbremse, bei der du mit Max gehst. Wenigstens esse ich nicht auf Bettpfanne, bitch. Mwah. Verräglich. Bist du eine Spaßbremse, seitdem du mit Max gehst? Alter, alter, alter. Uiuiui. Da haxen, die brauchen keine Neustartzone. Ja, das ist immer so. Ich glaube, jetzt ist das hier, wo diese Autos rausfahren. Ja, ja. Geh weg. Alter, knüppler, 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 knüppler. Alter, das Gewehr verzieht so stark. Was ist denn das für eine? Ja, so ein Dickerchen. Alter. Mal auf die Gastzangs schießen. Alter, ein Auto, ein Auto. Ich brenne, ich brenne. Ein Auto, ein Auto, ein Auto, ein Auto. Ich habe die Autos ja nicht mehr hinbetracht. Die Zorin. Alter, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Oh Gott. Die Autos sind eine neue Gegnerklasse. Echt? Ja, ja. Ja, die hatten sie ja vorher noch nicht, ne? Ja, wo ist er jetzt hin, der Dicker? Ist er tot? Ja. Auto, 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 Auto. Oh Gott, jetzt habe ich den angeschossen. Das tut mir furchtbar leid. Gib mir Deckung. Hier waren wir irgendwie gegen eine Zeit. Was macht denn hier die ganze Zeit Merp? Also, ich muss sagen, bisher läuft es ja eigentlich ganz gut. Und ich komme mir irgendwie nicht unbedingt unterlegen vor Extrem. War das nicht bis jetzt immer so? Nee, okay, stimmt nicht. Stimmt nicht, stimmt nicht. Trei rein, oder? Oh, das kommt noch. Ich hätte gerade extrem Lust auf Weihnachten. So, mit Plätzchen und Weihnachtsmusik. Oh Gott. Das wäre extrem geil. Ich finde Nikolaus immer schön. Echt, warum? Weil man da früh so rauskommt und dann guckt man in seine Schuhe. Weil man da früh so aus dem Bett muss. Ja, und dann guckt man da in seine Schuhe und da war es drin, das ist doch voll schön. Ja, stimmt. Bestimmt. Alter, hier stehen Sie schon. Ich gebe dir ja recht. Hat jemand irgendwie einen Plan, was wir hier machen müssen? Okay, also anscheinend alle hier an die Wand. Sack, zack, zack. Alter, Alter, ein Auto, ein Auto. Ich bin tot. Echt, wo bist du? Ich komme rüber, ich komme rüber. Okay, danke. Ich bin schon wieder im Brand. Da hinten ist ein... Alter, das sind drei Scharfschützen. Lukas? Ja? Ja. Hast du mich? Ja, ich höre dich noch. Aber ich bin rausgeflogen aus dem Spiel. Echt jetzt? Ja. Gut. Kannst du noch nachträglich joinen oder so? Sieht ja schlecht aus, oder? Also theoretisch müsste ich jetzt wieder reingesetzt werden in die Mission. War jedenfalls schon mal so. Ich hoffe, das ist jetzt wieder so. Wieso fliege ich immer so oft raus aus dem blöden Ding? Ist wie verhext. Mann, 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 Mann. So, ich bin wieder da. Auto, Auto, Auto. Alter, ich bin schon wieder fast. Komm her, komm her. Geh schon gut. Oh, hier ein Sniper. Hier ist noch mein Aufführpunkt. Ich würde jetzt hier hochgehen. Oh, jetzt kommt hier irgendjemand. Also hier haben die sich jedenfalls versteckt, als die starken Gegend. Ich lege meinen Medizinverkehr ab. Hier unten kommt wer raus. Ein Boss, oder? Alter, Alter, ich bin fast da. Okay. So. Okay, ne, bringt nichts. Hier kommt einer hoch. Dicker oder ein? Ne, ein Techniker. Keiner wird ungefunden. Puh. Das ist korrektiv. Wir müssen Dragon Run beschützen. Das Team wird sich am dritten. Warum heißen die Dragon Run? So heißt das, äh... Äh, ich meine das Kollektiv. Komm, hier kommt einer. Ja, mach dir bitte. Jetzt schieße ich mit der Pistole. Der Tod ist das. Der Hunger ist nur, ich schieße hier gerade drauf. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich schieße lieber auf den Tod hier unten. Der ist fast down. Alter, ich schieße hier gerade mit meiner Pistole. Scheiße. Oh, der Hunger ist nur, komm doch, der Hunger ist nur. Alter, ich sehe nichts. Okay, hier oben ist eine schlechte Position. Alter, Alter, hier ist ganz schön heiß. Wir sollten unser Feuer auf einen konzentrieren. Wir lassen erst mal hier einen Tod wegmachen. Ja, auf den schieße ich gerade hier. Okay, 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 okay. Wir haben ja ein Problem, wir haben ja ein Problem. Von uns ist einer tot. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Alter, hier der Techniker, Krankenkasse kommt auch noch. Ja, jetzt kommt auch noch der Krieg, scheiße. Alter, nee, das wird mischt, das wird mischt. Ich bin down. Ich, jetzt bin ich der Einzige, der noch lebt? Wo ist Jonas? Deswegen. Alter, Dungersnot, die schießen mich gerade ab. Scheiße, oh Gott. Ja, jetzt schießt er auch noch so ein Auto auf mich, dieses Arschloch. Erst mal mit dem Auto dran fahren. Trickschwein. Alter, ein Auto, ein Auto. Scheiße, ich bin voll rein gesprungen. Nein. Och Mann. Diese blöden Flächenangriffe hier. Ja, er ist halt komplett tot, ey. Wir brauchen eine Taktik. Ich wette, jetzt verlassen eh wieder alle und dann kannst du das Spiel in die Wand kloppen. Ja, ich... Weißt du, wie kann man denn null Ehrgeiz haben, dass man, wenn man einmal verliert, sofort verlässt? Okay, 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 das geht hier weiter. Na gut. Das ist doch bescheuert. Nee, nee, okay. Okay, da hinten liegt noch was Grünes bei mir. Wie geil ist das denn? Fuck, fuck. Ja, 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 okay. Okay, feine, feine. Von hinten. Das sind jetzt diese böden Typen. Ist bei dir da auch noch was Grünes? Nee. Aber ich habe schon was Goldenes eingesammelt, glaube ich, vorhin. Also, weil einen hatten wir ja totbekommen, ne? Vielleicht sollten wir auch mehr mit... Erstens mit Explosiv-Munition. Ja, stimmt auch. Und mit diesen komischen Dingern arbeiten. Ähm... Granaten. Zehn Sekunden, bla bla. Schadensfähig. Achso, mit Wasser und so, ne? Nee, ich meine eigentlich mit Schaden... Also mit den Spezialfähigkeiten. Mit welchen Spezialfähigkeiten? Also, ich habe zum Beispiel hier mit diesem Schaden... Dings... Ja, hast du das nicht eingesetzt, oder wie? Nee. Alter. Alter, hier kommen welche raus. Wir trecken Schweine. Schießt, ja. Wir trecken Schweine. Von der anderen Seite kommen keiner. Down, down, down. So, was sind denn jetzt hier noch welche? Diese Techniker sind halt richtig ein bisschen Schweine. So, Lukas. Wir müssen jetzt unsere Angriffe koordinieren. Wo gehen wir denn hin? Hier oben war eigentlich eine gute Position. Okay, okay. Geil, geil, geil. Geil, ja? Darauf habe ich mich eigentlich schon hier freut. Alter, jetzt hat sie vor meinen Augen explodiert. Sag mir Bescheid, wenn jemand kommt, weil ich schieße die ganze Zeit aus der Entfernung hier auf. Hier unten steht einer. Hier ist ein Auto oder so. Okay, Pestilenz kommt schon. Ja gut, weg hier. Weg, 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 weg. Oh, okay. Der Hungersnot kommt. Ich bin down, ich bin down. Ich liege hier auf so einem Zwischendach oder so. Ich komme hier nicht runter. Nimm doch das, nimm doch das, nimm doch das Dings. Oh Gott. Ich bin wieder down. Ich bin auch down. Man. Alter. Aber diesmal haben sie mich wirklich überrannt. Der Pestilenz steht hier um. Okay, wir sollten vielleicht woanders hingehen. Ja. Drück mal auf F, dass man wenigstens nicht unsere Leichen sieht, sondern wie die anderen schießen oder so. Okay, die machen das aber auch echt gut. Ich glaube, hier hinten wäre ein besserer Ort bei den Autos, wisst ihr? Weil da vorne kommen ja zwei auf einmal raus. Okay, hier hinten kommen auch zwei auf einmal raus. Das ist auch total dumm. Aber was die jetzt machen, ist noch dümmer, sich zu trennen. Ja, jetzt kümmern sich hier zwei um jeder. Einen ist ja total... Oh geil, ich bin wiederbelebt. Da ist eine Granat, hau ab, Jonas. Hopp. Okay, 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 okay. Ich bin wieder hier aufs Dach gegangen. Ja. Bist du wieder da? Ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme. Ich hänge fest. Jetzt geht's wieder. Was mache ich denn? Ich habe die Kontrolle über meinen Charakter verloren. Machst du. Alter, 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 okay, okay. Alter, hier oben. Kommen sie. Lukas, hinter uns. Hinter uns. Okay, okay, geil. Darauf habe ich ja eigentlich nur gewartet. Kommt der Krieg schon wieder hier hoch, Mann. Krieg ist gleich down, Krieg ist gleich down. Krieg ist down, sehr gut, sehr gut. Oh, der Knüppler, der Knüppler. Alter, alter, alter. Hier oben kommt einer raus aus der Tür. Der Hungersnode, der Hungersnode ist gleich down. Okay, Hungersnode ist gleich down. Ich sehe nicht, wo er ist. Hier vorne. Alter, der schießt mich hier gerade an mit einem heißen Streifen. Tod, alles auf Tod jetzt. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. So. Okay. Alter, hier knallert gerade irgendwie alles. Ist jetzt von dem Bossen noch einer da? Nein, kollektiv ist tot. Okay. Kollektive Tötung. Alter, alter, jetzt hat mich was getroffen, okay. Ich muss mich mal, Maxi muss mich mal ganz kurz halten. Ja, okay. Hat er schon gemacht, hat er schon gemacht. Was denn jetzt? Was denn? Ich bin raus. Bei mir lädt gerade irgendwas. Was ist denn jetzt? Ja, geil. Den Parkplatz sichern steht bei mir. Erdgeschoss erreichen, hä? Du bist nur da hinten. Ist in Ordnung. Ja, geil, ey. Nee, nervt mich schon wieder voll. Ich muss erstmal die ganzen geordneten Sachen einsammeln. Ja, der macht das. Oh Gott. Der hat ja mal ein Medikid fallen lassen. Okay, der hat eine Waffe fallen lassen. Ey, noch nicht reingehen. Was macht ihr? Es ist doch nicht so schlimm. Oh, wegen dem blöden Skype-Scheiß. Okay, okay. Ich muss das hier mal gerade alles noch einsammeln. Oh Mann! Leckt mich am Arsch. Diese Scheiße. Entschuldigung. Aber ich kann dann nicht steuern, wisst ihr? Wenn Skype bei Skype angerufen wird. Was ist deine Sprache oder wie? Wenn bei Skype angerufen wird. Hey, wer ruft denn bei Skype an? Ja, die Gruppe. Ja, warum hast du denn nicht... Hast du auf Beschäftigt gemacht? Wenn. Ja, dann mach das mal. Kannst du nämlich auch nicht angerufen werden. Alter, wo sind die? Alter. Was ist das denn? Aber ich habe gedacht, das sind Leute von unten hier hin. So ging es mir vorhin. Alter, alter, alter. Max, hast du Heilung? Alter, ich bin da. Wo hebe ich denn dich auf? Huch, falscher Knopf. F. Ja, ja, ja. So stehen bleiben. Das ist, weil hinten die blöden... ...Ficher sind. Alter, alter, alter Auto. Okay. Da krieg ich weit. Wir können Krieg bekommen. Der ist doch schon tot, der Krieg. Ich fand dafür, dass diese... Alter, alter, alter. Kommen wir hier noch mehr? Ich glaube, wir müssen einfach weg. Die kommen da wahrscheinlich immer weiter raus, oder? Ja, nee, hier steht der Bereich sicher. Ja, okay. Alter, ich bin da... Ey, wo sind denn hier überall Leute, alter? Ich bin zu spät gedrückt. Alter, hier ist ein dicker, hier ist ein dicker. Der muss richtig dick auf... Auf ein Schädel. Und den explodiert jetzt gleich der Arsch. Ich glaube, der ist tot. Ja. Das glaubst du auch, warm. Du, da ist noch so ein Jan-Sticker nicht. So. Alter. Hast du ihn nachgeladen? Ja. Sehr gut. Das fällt mir immer auf, wenn ich mir das Video nochmal angucke. Du läufst immer mit angeschossenen Magazinen rum. Aber es hat sich schon gebessert gegen... Vor allem, das blinkt extra noch rot. Ich achte doch nicht da drauf. Und dann aber wollen, dass man das hat einblendet, oder wie? Du brauchst es ja doch nicht, wenn du eh nicht drauf achtest. Äh, doch, doch. Oh Gott, hier hätten wir nochmal erste Hilfesetz bekommen. Fertig. Geht jetzt das Ding los? Ja, da hinten ist der Feuerwehrwagen. Siehst du den? Ja. Alter. Ich wurde erstmal direkt getroffen. Gut gemacht. Möchte nicht vorhin. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Alter, Alter, ich muss ja runter. Die Lösung ist es, dass wir einen Container... und hier doch diesen Gastank da oben mit einem Kran auf den LKW schmeißen. Das ist die Lösung. Ich hab jetzt einfach mal hier gemacht. Ich hab da jetzt mal drauf gedrückt. Ja, ist gut so. Wie viele Leute hier kommen. Siehst du, in den linken Bereich hier hat gerade die Feuerwehr in Brand gesetzt. Du scheiße. Du scheiße. Vor allem die Feuerwehr. Das ist echt total witzig. Ach scheiße. Der ist dann beim nächsten Tag ist das Ding ein einzig Teilen mehr wert. Und das ist nicht dein bester Tag. Moment. Ich muss ihn abschalten, bevor die Schuhe besucht werden. Alter. Das ist ja verändert durch die Luft hier, Floor. Okay, okay. Okay, okay, okay. Jetzt brennt hier einfach alles. Da werden damit nicht auch die eigenen Leute eigentlich getroffen. Das sind die eigenen Leute hier. Ich bin hier. Hier ist gerade ein sehr guter Place to be, muss ich sagen. Ja, der wird nur wahrscheinlich gleich mal ausgeräuchert werden hier von dem Feuerwehrauto. Lukas, weg, weg, weg. Warum haut der nicht ab, der Idiot? Okay, okay. Ist das ein Idiot einfach? Ach so, hier kann man ja nicht. Du scheiße. Oder ist der Feuer resistent? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, okay. Was müssen wir jetzt aktivieren? Äh, gar nichts. Wir müssen nur den Angriff überleben, bis wir die nächste Meldung bekommen. Okay, Max. Raus, ja, raus, ja, raus, ja. Nach vorne, nach vorne. Alter, Alter. Hier ist gerade alles voll. Alter, hier brennt und hier. Alter, hier brennt. Und ich sterbe, ich sterbe. Ich weiß ja ja nicht, wo ich hinsehe. Komm zu mir, ich heile dich. Wo bist du denn? Na, hier vorn, da. Wo es nicht brennt. Alter, ja, gerade. Krabbel zu mir, los. Okay, ich belebe mich schon selber wieder. Sag Bescheid, wenn du wiederbelebt bist. Ja. Reicht das? Ja. Das war gerade mega anstrengend, fand ich. Oh, ihr kommt von hinten in der Anja ran. Hier hinter uns wird jetzt wieder alles. Anja, Moment. Ich würde ja gern wieder hier hinter ihn. Äh. Alter. Alter, was war da? Sie hat ja Flammenwerfer oben dran. Wie ist das denn? Oh Gott. Alter. Alter, weg. Weg. Ich weiß nicht, wohin. Noch weiter nach vorne. Oh Gott. Hier ist einfach alles voll bei mir. Ich weiß nicht, wohin. Ich auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sterbe, ich sterbe. Hä, was ist denn das jetzt hier für ein Scheusser? Hier ist gerade alles voll... Ja, ich bin für eine wichtige Hilfe. Okay. Ich habe hier gerade irgendwie... Ich bin hier gerade nur rumgesprungen. Okay. Jetzt geht das wieder los, okay. Wir müssen uns wahrscheinlich immer in den Sektoren aufhalten, die gerade beschossen wurden. Also, wo es gerade brennt, weißt du? Weil das klingt ja da ab... Okay, ihr brennt es noch, ihr brennt es noch, ihr brennt es noch, okay, okay. Aber hier müsstest du auch gleich wieder erlöschen. Okay, hier ist es erloschen. Ich laufe gerade durch Flammen. Ich auch, aber... Whitebeer, das war ein bisschen blöd. So. Wo kommen sie denn jetzt... Oh, jetzt kommen sie von hierbei. Ich bin völlig überfordert. Ja. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich hin soll. Ist ja unten ein sicherer Ort. Hm, nee. Also jedenfalls nicht vor Flammen. Ah, nee, 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 nee. Das ist mir schon klar. Wir müssen ihnen helfen. Was denkst du, was ich mache? Okay, okay. Hier ist alles rot. Hier ist alles rot. In mir drin ist alles rot. Oh, jetzt habe ich auf dich geschossen. Sei Idiote, mein Freund. Ja, das passt gerade so schön. Okay, ich brauche mal... Also Heilung haben wir schon, sei gut. Ja, was schießt mich denn jetzt an? Oh, hier wird von überall gestört. Die Kransteuerung aktiviert. Ich mach das mal. Mach der auch schon. Okay, okay. Okay, okay, scheiße, scheiße. Äh, miss, 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 miss. Ich kann nichts machen, wenn ich branne. Das ist so scheiße. Ich musste das gerade einfach mal machen. Schon wieder fest? Ist das ein Regierungsflug? Wir müssen ihn wieder hoch erfahren. Ich lasse scheiße, es weiter gehen. Ist das jetzt... Die haben verdammte Angst. Was ist das? Dass das Ding immer feststeckt. Oh, ist alles rot? Das ist ein Goldner. Ein Goldner Starschütze. Oh Gott. Okay. Hat man eine Bombe drauf geworfen? Den müssen wir dort kreieren, Max. Oh, einer ist da. Okay, der holt Jonas den. Ja. Hier unten kommt einer. Okay, okay, okay. Jetzt wird es ja gerade mal heiß. Komm her zu mir. Wo bist du? Ja. Okay, jetzt kommt hier eine Angelegenheit. Ich will ja nicht sagen, dass es sehr spannend ist, aber es ist schon sehr fordernd. Ich finde das mit dem Hin- und Hergerinne und man weiß nie, wo man hinstehen muss, aber wesentlich spannender als bei Falcon Lost, wo man sich immer in den Tunnel verkrochen hat und wenn man rausgelookt hat, wurde man sofort erschossen. Da finde ich das ja wesentlich spannender. Oh Gott. Okay. Ich kriege nie diesen hässlichen... Okay, ein Scharfschütze, ein Scharfschütze ist raus. Sehr gut, sehr gut. Alter, alter, alter. Einer ist down von uns. Scharfschütze down. Okay, jetzt erfolgt wieder der Flächenangriff. Ja. Oder darfst du halt den Damen und Herren? Keine. Muss mal ganz kurz hier vorhelfen. Ähm, musst du aber aufpassen, weil da ist ein Flammenwürfer, ne? Ich hatte Glück. Okay, jetzt kommen nochmal Gegner. Vor allem die Feuerwehr, die hat nicht mal Räder. Oder beziehungsweise Reifen. Brauchst du doch auch nicht. Da braucht es schon Reifen, wenn ein Feuer... Alter, alter, jetzt kommt das alles auf immer, Max. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ach, das ist diesmal... Ne, ne, das hilft auch nicht, das hilft auch nicht. Ich... Hä? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich wieder... Jetzt bin ich wieder... Ja, ich bin tot. Geil. Max, schieß dein Ding hier ab. Ich werde gerade von irgendwo... voll überlascht. Ich weiß noch nicht von wo. Ja, von allen Seiten wahrscheinlich. Okay, hier hinten wird es heiß, hier hinten wird es heiß, Freunde. Alter. Aber hier vorne auch. Hier auch. Alter. Hier wird es heiß. Okay, okay, okay. Es wird richtig heiß. Okay, hier hinten ist wieder kalt. Alter, ich werde hier eingeschossen. Ich werde hier auch eingeschossen. Ja, ich bin tot. Hä? Ich... Ich verstehe... Ich verstehe noch nicht so ganz, wo man hinlaufen soll. Lukas, v... Ich hab nichts mehr. So. Das ist natürlich scheiße. Ob man hier hochrennen kann? Ach, wo die herkommen? Ach nee, da kann man nicht hochfahren. Alter, es geht schon wieder los. Und es geht schon wieder los. Ich glaube, du musst hier durch die ganzen Felder rennen. Brenner? Ich brenner auch. Wunder, wunder. Ich bin down. Okay. Alter, da habe ich es nicht mehr mehr bis zu meinem Ding geschafft. Okay, nee, ich kann nicht ein. Oh Gott. Okay, jetzt geht es hier wieder los. Okay. Irgendjemand muss mal die Kransteuerung aktivieren. Sonst schießen die wahrscheinlich immer weiter. Lauf lieber zur Kransteuerung. Fützt mich doch mal. Ja, geil, jetzt sterbe ich hier. Ah, du voll fast. Lukas, lauf derweil zur Kransteuerung. Der wird gerade drauf geschossen. Mir leid, mein Freund. Bei mir auch. Bei mir auch. Okay, okay. Oh Gott. Das bringt mir jetzt nämlich auch nichts, wenn ich auf Flammen fahre und sterbe. Okay, ich bin down. Äh, durch. Äh, du bist am Leben oder was? Okay, oh Gott. Ja, ich gleich nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Ich ziehe irgendwas. Okay, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Äh, hier vorne ist heiß. Zurückziehen. Hier hinten auch. Er hilft nicht, hier hinten links, hinten links. Welche Kransteuerung müssen wir denn jetzt überhaupt aktivieren? Ja, hier an der Seite. Hier vorne. Ja, hier sind, werden aber alle Kransteuerungen irgendwie als Zink angeblendet. Okay, es wird wieder heiß. Alter, ich habe hier gerade einen mega geilen Trick ab. Ich habe mich an dieses Ding hier, an diese Kransteuerung gesetzt. Und konnte dadurch nicht viel troffen werden. Oh, jetzt wird es heiß. Scheiße, Scheiße. Bei mir. Ja. Weißt du, wo man sich hier nochmal auffüllen kann? Habe ich das schon mal gefragt? Mir kommt es so vor. Hm, keine Ahnung. Kann man sich denn hier auffüllen? Nee, aber ich habe keine Munition mehr fast. Das ist das Problem. Okay. An welche Kransteuerung müssen wir denn nun? Ist keiner, oder? Ja, irgendwie nicht. Okay. Hallo. Ja, was denn? Ich bin wieder da bei dir. Das war einfach nur ein freundliches Hallo. Achso. Hier drauf auf dem Technikrat. Traf, 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 traf. Ach, da ist noch so ein Händler. Ja, was denn? Achso. Traf, traf, traf. Ach, da ist noch so ein Händler. Das ist eine hässliche Maschine. So, ich drücke jetzt einfach mal hier die Kransteuerung. Ne. Okay, weg, weg, weg. Die Kransteuerung aktivieren. Ränen zurückziehen. In der Ruhe, Lichte, Kraft. Hast du die Steuerung hier schon gedrückt? Ja, die ist doch, die ist doch. Ist dann wahrscheinlich da vorne eine von denen, oder? Okay, hier kommt einer, Max, hier kommt ein Techniker. Lukas, wir drücken jetzt hier die Steuerung. Und du gehst an die andere und wir drücken gleichzeitig. Ich glaube, das könnte die Lösung sein. Okay, warte, warte, warte. Oh Gott, oh Gott. Ne, hier wird gerade alles nur noch Feuer gesetzt. Hä, hier, hier ist... Hier vorne. Alter, mich überrennt hier gerade einer. Alter, ich bin down. Geil. Wo bist du? Geil. Ich werde gleich immer wieder vom Dings getötet. Danke, Jonas. Okay. War das jetzt die Lösung? Nein. Alter, jetzt vordere ich von irgendwas hier drauf. Wie diese... Aber wie die Scharfschützen noch mega OP sind. Jetzt. Ich interagiere hier doch mit. Mach doch was. Wieso kann ich denn nicht drücken? Danke. Okay, die brennen gerade alle. Ja, irgendwie kann ich die Kranzsteuerung nicht aktivieren. Hoffentlich ist das jetzt kein Bug. Passiert irgendwas? Ja, es fährt weiter. Es fährt weiter. Man muss tatsächlich beide Dinger gleichzeitig drücken. Okay, jetzt geht das wieder los. Es könnte sein, dass das jetzt schon das Ende ist. Guck mal. Ne, noch einmal, glaube ich. Weg hier, weg hier, weg hier. Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Nix. Jetzt gerade mal ein bisschen Luft. Alter, der kann aber auch alles gleichzeitig. Ich habe keine Munition mehr. Geil. Ich muss mir welche holen. Bringt nichts. Jonas, geh weg. Wenn ich mal treffen würde, würde ich vielleicht den Scharfschutz noch besiegen können, aber ich treffe nicht. Ich, äh, wir brennen gleich. Okay, okay. Links. Okay, hier ist noch ein Techniker. Okay. Wo ist der Techniker hin? Wieso wird denn links eigentlich nicht beschossen? Oder ist es bis jetzt noch nie beschossen? Also jedenfalls nicht, wenn ich hierher geflüchtet bin. Okay, jetzt, jetzt wird hier beschossen. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Und das wird, Sarah. Flammen. Oh, von hinten, LUCAS, von hinten. Was denn? Hier kommt einer. Mit dem kämpfe ich schon die ganze Zeit. So. Okay, okay, bei mir wird es heiß Okay, hier wird es gerade sehr heiß Es wird gerade sehr heiß Was ist das? Was hat denn hier gerade so gebellt? Ja, das hat mich gerade auch ge... Okay, jetzt kommen sie wieder von den Seiten Jetzt kommen sie wieder von den Seiten Okay, du kannst nicht hintergehen Alter, hier auch nicht Nach vorne, nach vorne Okay, okay, nach vorne Ja, achso, jetzt trifft ich ja hier auch noch der Schlag Alter, scheiße Ich bin in Brand Ich sterbe jetzt, ja? Ich sterbe jetzt, ja? Ich weiß nicht, wohin Ich weiß nicht, wohin Okay, okay, okay Okay, okay Max, also ich bin jetzt hier hinten Aber hier ist kein... Aber ich werde hier abgeschossen Du bist der Einzige, der down gegangen ist Ja, hier hin Ja, ich bin irgendwie hier irgendwo Ja, ja, okay, okay Alter, es bremmt hier Danke, Jonas Also ich glaube, dass mit dieser Technik... Alter, hier brennt es noch, hier brennt es noch, okay Hey, vor allem es gibt hier keinen einzigen Platz, wo es nicht brennt Doch, hier hinten brennt es jetzt nicht mehr Ja, klasse Alter, ich werde hier abgeschossen, Mann Du hast keine Chance Von beiden Seiten kommen die scheiß Scharfschützen Ja, ich bin down Du hast keine Chance Weil du von beiden Seiten beschossen hast Wie allein jetzt kommt doch aus Feuer Klasse Ich weiß nicht, wohin Eine Kransteuer... Ja, jetzt habe ich einen Sammler umgeschossen Vielen Dank, du Mistbeutel Wo bist du auch da? Vor allem man bekommt hier aber auch nicht tot oder so Weil man die ganze Zeit von dem scheiß Feuerwehrauto beschossen hat Sehr danke, sehr danke Okay, der Trick ist es offenbar, denen ein paar mitzugeben und dann springen die nach unten Okay, da war ein Load-on, das habe ich jetzt noch nicht mitgegeben Bist du noch in Ordnung, Kerl? Ja, halbwegs Hä? Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Yay Alter Ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen, wie der Tank darunter gefallen ist Ich auch nicht Ich habe nur Scheiße bekommen Ich auch, aber Mega geil Wir haben es geschafft Das ist der erste Übergriff, den wir überhaupt bis dato geschafft haben Und ich bin froh Dass es genau dieser ist Obwohl es zwischenzeitlich schon echt scheiße war Es gab einige brenzlige Situationen Der hat jetzt hier Magst du das mal wieder zur Vor allem, der ist einfach nur hier draufgefallen Bin wieder draufgefallen Ist nicht mal explodiert Ja, hat da jemand nochmal die Kransteuerung gedrückt, oder wie war das? Ich glaube, das hätten wir nur die ganze Zeit machen müssen Klasse Okay Oh Gott, der hat das mega kacke, den ich bekommen habe Und auch die Knieschoner sind scheiße, die ich bekommen Also ich habe ein leichtes Maschinengewehr und eine M4 bekommen Dann habe ich noch eine MK46, ein leichtes Maschinengewehr Ich habe ganz viele leichte Maschinen gearbeitet Eine Schrotflinte Und Präzisionsgewehr Ich möchte es tun, Präzisionsgewehr Kommt drauf an Das ist eine Surplus SVD Ich habe Dead Eye Knieschoner bekommen Ich habe auch irgendwas von Dead Eye bekommen Eigentlich habe ich nur Scheiße bekommen Ich will ja nicht, ich will ja nicht klaren, aber Doch Jan, schöne Scheiße Mittendrin habe ich gedacht, okay Das wird nichts Geil wäre, wenn die Firecrest-Dinger dazu führen würden Dass du, also gegen Brand besser geschützt bist Immun, aber geschützt bist Das wäre mega geil Also Irgendwie habe ich nur Schrott Ich habe auch nur Schrott Ja, liebe Leute Das seht ihr, wenn ihr euch anstrengt Einen netten Übergriff macht Und was bekommt ihr dafür? Einen Arschtritt Einen dicken, fetten Arschtritt Wo bist du denn jetzt so schnell hin? Ich habe das Postamt oder was? Was war das denn jetzt? Ich glaube, das war mein PC Er hat sich erstmal aufgehängt Ich hoffe nicht Hat den Dienst Quittiert Was denn jetzt? Aber irgendwie hört er sich komisch an Ich glaube, das ist der Lüfter Schon wieder? Ich wollte nicht Das klingt so komisch Wäre dann ja nicht das erste Mal Nein, nein, beim ersten Mal war es die Wasserkühlung Achso, na dann Das ist die dümmste Idee Also wer sich das ausgedacht hat Einen PC mit Wasser zu kühlen Den sollte man auspeitschen Mit einer Wasserkühlung Geil, hier ist eben Brandwiderstand Naja, dann würde ich sagen Für heute war es das erstmal Vielen Dank fürs Zusehen Kann ich auch nur sagen Zuschauer Und ich hoffe, ihr schaut uns beim nächsten Mal wieder zu Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich auch mal die anderen Übergriffe probieren, lieber Nochmal Ich hoffe, sie sind wieder mehr Erfolg gekönt Naja, auf Wiedersehen Vielen Dank, bis zum nächsten Mal Tschüss